Nix. Nix. Der Weinkahl. Ah, da ist noch eine Tür. Und auch noch einer. Alter, hier. Tamir hier. Chemietopf. Ein Topf, der Mixto in aller Art enthält. König. Aha, Königswasser, ein Glas Koprin. Wadduf. Aha. Falls ein Feind in den Nähe ist, lass dich nicht von ihm sehen und verstecke dich in Dunkeln. Lösch deine Möglichkeiten. Okay. Super. Warum spiele ich direkt nicht so, weil sie sind evil. Das wäre was für mich. Da habe ich wenigstens eine Waffe. Oh mein Gott. Verstecken, verstecken, verstecken. Und jetzt habe ich immer das Schiss, dass hier überall Viecher rumlauen. Wie kann man sich zum Beispiel gut verstecken? Kann man sich ducken? Lau. Alter, scheiße. Habt ihr das gesehen? Bitte sieh mich nicht. Bitte sieh mich nicht. Verwende, so wäre es, um es zu dem Klick zu bringen. Okay, das sieht mich nicht. Boah, ist das ekelhaft. Ich dachte, das Spiel wäre einfach nur ohne Monster. Was soll ich denn machen? Den Gälder, bleibt in welchem Versuch. Wie duckt man sich? Wartet Leute, Option. Ich will gucken, wie man sich duckt. Das wird natürlich nicht gesagt, dann sollte man viel Schiss haben. Wie machen wir das denn jetzt? Ey, versteck mich doch. Geistiger Zustand. Na so, Alter, Leute, was machen wir denn jetzt? Der bleibt immer noch da. Kann man den nicht töten oder so? Boah, springen, das ist das Beste. Das sieht, wird man nie gesehen. Boah, ist das ekelhaft. Was, wenn ich jetzt da rein rein, ist Game Over? Gibt's so was hier? Lauf. Lauf. Wo soll ich hinlaufen? Schau deine Feinde nicht zu lange an. Es wird dein ganzes Mal versteckt und du wirst gleich gesehen. Ja. Ja, duckt dich. Was ist Piepen, Alter? Boah, yo, Tinnitus, alles. Boah, fuck, Alter. Was ist denn überhaupt dieses Vieh? Ich weiß nicht. Machen wir die Tür zu, bevor hier noch jemand kommt. Okay. Wir sind natürlich sehr schlau und verfolgen natürlich die Route von dem Vieh. Oh, und eine Zinderbuchse. Bitte, Gott, beschütz mich. Alter, hier waren wir schon, ne? Nein, waren wir nicht. Da ist eine Kessel. Bitte Öl, bitte Öl. Ja. Nein. Was ist das? Ein Glas Opiment. Wow. Ich weiß auch, was das ist, ne? Jo, ich geh einfach hier rein. Hm, da ist noch eine Tür. Hier waren wir schon, ne? Da hat uns das Monster so blöd angeschaut. Fuck. Was machen wir denn jetzt? Ich darf nicht so viel Licht verschwinden. Weg hier einfach, oder? Der Weinkeller war jetzt... Oh. Gegenstände, kann man die nehmen? Mann, so einen Hammer müsste man doch immer mitnehmen, Alter. Der Typ ist richtig unlogisch, ey. Wenn ich der wäre, ich hätte Samurai genommen. Hm. Kurz reinschauen. Ah, okay. Waren wir schon, dann gehen wir mal nach oben. Ähm, Eingangstalle. Ja, wollen wir mal. Puh. Es war unvermeidlich. Die Schüttelung auf den Straßen weg, ne? Okay. Es ist elf Uhr und viertel nach elf Uhr, okay. Ich will wissen, was das ist. Nein, ich will das jetzt nicht verwenden. Labor, jetzt ist die Frage, wohin gehen wir, weil die... Eingangstelle... Eingangstelle... Eingangstelle. Naja. Wir haben schon alle Türen durch. Hm. Endlich Öl, Alter. Boah. So, Rettung, Alter. das ist so mein gott ich weiß nicht was ich schlimmer finden das ländere haunt was ich letztens gespielt habe oder das hier bis jetzt ist beides gleich schlimm davon da sind wir gekommen wirklich ich weiß nicht das kann jetzt nicht gewesen sein was ist das normal ich dachte schon was machen wir denn jetzt labor wieder oder der weinbär nahm wieder labor haben das leichte hoch nach wüste und feuchten muschus die stücke lagen durcheinander gehörte darüber zu viele dachte er oder vielleicht zu wenigen haben direkt licht hallo morgen ich habe schon ein bisschen abgehärtet ich bin richtiger könig oh mein gott wisst ihr wie ich schwitze und wie meine hand zittert genau hier waren wir schon die konnte man nicht aufheben ich habe to get out of here naja ist ja das labor ist wirklich sagen wir mal so ein einzig ein griff ins klo also ne machen wir nicht an dieser lade screen der da ist ein bisschen behindert nervt schon ein bisschen wo könnte man denn hingehen weinkeller ich weiß nicht ich bin mir ich gehe mal noch mal eine weinkeller ich begegnen unseren lieblings freund dem zombie ich drehe mal wieder einen schluck damit ich nicht sterbe ich hoffe so um halb zwölf mache ich dann so eine aufnahmepause und schau mal so an weil wie das so ist wie die qualität so ist ob das alles mit der facecam geklappt hat wisst ihr was ich meine weil wirklich ohne facecam habe ich keinen bock das zu machen wenn das jetzt nicht geklappt hätte es enthält was es wurde wieder das öl nicht nachdem das enthält einige tropfen okay meist wie alles volle da war was zum beschieben halte linke monge drücken während du mit wir sind und so ich bin halt alter rastos alter ich schwöre ja super ich bin bewusstlos bitte kein monster bitte ich fliege dich an okay ich habe ein stein bewegt ja ich bin wahrscheinlich mein körperlicher zustand der kopf dröhnt und die hände zittern zinken kehrt tja das ist mich in ruhe da hoch juli und was ist da warum musste ich das jetzt machen und damit das passiert oder was so kann man das überhaupt verschieben wenn du die objekte in der hand hält kannst du mit ihnen rein und und So, weg damit. Einen Stein muss man das verschieben können. Nein, ich will das... Falle runter. Ja! Was soll das? So. Das geht ja noch. Wie mache ich das denn jetzt? Oh, ich komme gar nicht raus. Das haben wir... Na doch. Komm, meine Laterne hält mich für immer. Ach komm ey, ich wollte mich doch verarschen. Okay, fast. Mal dazu. So, und? Und, ich glaube das reicht. Da wird das reichen, damit ich hier rausgehen kann. Ja, reicht. Ich will aber noch... Guck. Gucken, was es damit auf sich hat. Die Verarschung des Jahrtausends. Es ist kein Ölmänner im Fass. Aber hier passt gar nichts mehr drin. Ja. Nein. Nein. Ach so, ich mach das. Nein, das war... Verstecken. Verstecken. Was war das? Wer hat die Tür... Wo hat die Tür zugemacht? Was ist da eigentlich mit dem Fass dran? Nix. Wo hat die Tür zugemacht? Ich höre etwas... Ich höre etwas. Boah, Mann, ey. Hier waren wir schon. Küste, wo haben wir die nicht aufgemacht? Ja. Ein Öl wäre mir aber lieber gewesen. Naja, besser als gar nichts. Oh, Mann, ey. Ich werde richtig zerfickt hier. Hm. Ich höre was. Ich höre was. Da kommt jemand. Da kommt jemand. Oh, Kümm. Da kommt jemand. Was? Was? Oh, mein Gott. Ich frage mich. Kann man hier denn irgendwo raus? Ach, das ist doch nur... Nic, passiert nichts mehr. Eingangsvalle? Oh. Hier waren wir auch schon. Boah, ich weiß, hier war das Monster, ne? Alter. Lasst mich in Ruhe. Es kann nicht sein, ich wüsste sonst nicht, wohin. Ich muss hier was finden. Ein Geheimnis. Irgendwas. Irgendwas ist hier. Doch was? Nein. War hier das Monster? Ich lasse mal die Tür so zum... Oh, mein Gott, da war jemand. Ne, das war nur eine Lampe. Weg hier weg, Alter. Was mache ich hier? Ich sollte doch lieber bei Minecraft bleiben. Nein, Spaß. Das ist mir keine Pussy. Und... Das kann es nicht gewesen sein. Ich möchte hier nicht weg. Also, eigentlich schon, aber... Ich habe so das Gefühl, der Weinkeller könnte mich eigentlich weiterbringen. Warum sollte man sonst einen Schlüssel brauchen? Okay, ein bisschen Öl, dies, das, aber... Ich gehe jetzt auch mal wieder in die Eingangsfälle und wagen uns mal wieder in den Archiven da. Das war ja sehr gefährlich. Ich gehe jetzt auf die Eingangsfälle. Das ist wirklich gefährlich. Ich gehe jetzt auf die Eingangsfälle. Das war ja auch sehr gefährlich. Das war ja sehr gefährlich. Alte es wird so das Zeichen sein ich habe alles abgearbeitet ich mir so vorstellen mein Gott meine Lampen sind gleich aus wie kann ich das denn kaputt machen man kann hier mit Kuhn E sich bewegen äh mit E und Kuh ja genau WT oh mein Gott Archive ja gehen wir mal rein Jodo warte ich gucke nochmal schnell hier in die Archive dann bende ich die Aufnahme weil die ist das halb zwölf schon oh mein Gott hier muss doch noch irgendwo Öl rumliegen man das kann es nicht gewesen sein hm ich brauche Öl man warum brüht die sich nicht von der anderen Seite vielleicht es gibt keine andere Seite na super na rennen wir mal ein kleiner Padawan los wenn ihr euch das Spiel holen wollt dann guckt mal bei mir bei Steam ist im Sondergebot gönnt euch hier ist hier ist wieder nichts und wenn ich kein Öl mehr habe oh mein Gott warum habe ich kein Öl mehr aber auch in das Spiel konnte man die Helligkeit einstellen kann man ja immer nur und ich könnte die ziemlich hoch einstellen zwar würde ich dann krank werden trotzdem aber da würde ich nicht so Schiss haben aber naja lassen wir es das oh wir müssen das kaputt machen komm ja komm der sagen umwobene Ort Altstadt liegt mitten in den Wäldern Ostpreußens seit Jahrhunderten schon umgehen ich habe so Angst kann ich mal lesen umgegen Geschichten das Dörfchen blablabla 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 wie machen wir das denn jetzt? wo ist hier Öl? chill mal chill kleiner Padawan hier aber sollen wir wieder eingreifen? na wartet mal komm kann doch nicht sein ey ich brauche unbedingt ein bisschen Öl na super komm schon Öl sei oh mein Gott oh mein Gott ey fuck naja wo ist der hin? wir haben kein Licht ok ok Eingangshalle Eingangshalle aber sowas von schnell fuck mit 7 Zünderbuchsen und keinem Öl jetzt weiß ich wie das Monster von äh jetzt weiß ich woher das Monster kommt bei dem PewDiePie Intro Amnesia man alter was soll ich denn machen ey ja ich soll mit Schlauheit und Gerissenheit diesen Monstern entkommen einfach weg rennen Eingangshalle Nein nein Mann kein Öl ja ohne Öl ist behindert naja ich brech mal was heißt ich brech die Aufnahme man ich beende die Aufnahme ich werde jetzt äh ich werde jetzt ein bisschen angegriffen jetzt hier das weiß ich scheiße hab ich das gesagt jetzt hätte die ein bisschen Angst gehabt aber trotzdem werde ich Angst haben äh äh oh man so ich ja durch und ach Glück und hüpf nein oh mein Gott eine einige Schnittfunkeln und blaue Flecken ja egal ja wusste gar nicht naja wenn ihr Tipps und Tricks habt wie ich hier weiterkomme dann schreibt es in die Kommentare haut rein ich bin draußen euer Petrit Tritts